Ich lerne Deutsch. Nummer 10685 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe Langeweile, weil ich nichts habe, was mich interessiert. Ich habe Langeweile, weil ich nichts habe, was mich interessiert. Ich habe gehört, dass die Steuern wieder erhöht werden sollen. Stimmt das? Ich kann meine innere Stärke und Entschlossenheit erkennen. Ich kann meine innere Stärke und Entschlossenheit erkennen. Ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Ich bekomme Panik, wenn ich nur daran denke. Ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Ich bekomme Panik, wenn ich nur daran denke. Wir sollten uns kurzfristig für die Planung zusammensetzen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Heute laufe ich den Halbmarathon. Heute laufe ich den Halbmarathon. Es sind nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Mit dir habe ich das Große losgezogen. Du bist wertvoller als jeder Lottogewinn. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.